Ich habe mal die Kappen da und das ist ja was ganz was Feines. Also ich bin ja hier bekannt als der Schnitzelkönig, also mache ich die besten Schnitzel westlich von Mississippi, nördlich vom Red River. Und ja, I don't give a Schnitzel ist also mein persönliches Lebensmotto, weil mir geht eigentlich alles am Arsch vorbei. Aber heute gibt es keine Schnitzel, heute gibt es Burger. Also muss hier auch mal sein, weil wir sind ja hier im Wilden Westen. Und ein guter Burger macht man am besten selber. So, jetzt schauen wir mal. Und zwar hier Geheimtipp vom Amerikaner. Den Hamburger Patty nur einmal wenden. Also so lange einseitig begrillen und dann einmal wenden. Und dann runter vom Grill. Keine Ahnung warum, rächt mich näher, aber ich kann euch ernst sagen, wenn der Amerikaner ernst kommt, dann ist es Grillen. So. Reckt mich am Arsch, du. Das ist gewaltig. So, 37 Stunden später, na ja, circa vier Minuten waren es jetzt, glaube ich, sind unsere Hamburger fertig, schulknusprig, so muss es sein. Bei, Moment, für die Griller unter euch, also 500 Grad, 250 Grad Celsius, haben wir die jetzt vier Minuten lang bearbeitet, pro Seite. Und wie schon gesagt, nur einmal wenden. Muss ich einmal nachfragen, warum ihr die nur einmal wendet, das interessiert mich jetzt auch. Aber, wir hauen uns jetzt hinter die Binde. Mahlzeit. Wir haben uns jetzt hier, wir haben uns 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 hier,